Hallo liebe Soko-Fans, wir sind hier gerade in Esslingen, ist die Heimatstadt unseres Produzenten übrigens. Italienisches Flair. Italienisches Flair, sehr schöne Sonne heute und wir müssen uns ein bisschen beeilen. Eigentlich wollen wir euch nur eine ganz wichtige Sache sagen, nämlich... Soko-Start, sechste Staffel. Am... Donnerstag. Den 16. Oktober. In drei Wochen. Ich glaube wir müssen los. Also einschalten, dann regnet es auch und dann ist Fernsehwetter.